Oh Junge, es ist Zeit, wir haben einen weiteren Key bekommen, Die Young, Steam, let's go. Okay, ähm, ich denke ich werde wieder ungeplant, wie immer alles machen und mich einfach darauf einlassen, was passiert. Oh scheiße, warte ich still, ich muss den Kackers downloaden. Wie immer ein Dankeschön an der Stelle an den Entwickler, vielen Dank für den Key. Ist nichts Selbstverständliches, dass ich als super kleiner YouTuber einen Key kriege, ich möchte mich aber dafür bedanken. Die Young, okay. Holy shit. Holy shit. Knapp 30 Gigabyte. Alles gleich, ich werde die Aufnahme morgen weiter fortsetzen müssen. Okay, wir spielen den Prolog, okay? Ich denke, wir sind uns alle einig, wenn ich den Prolog spiele. Das sollte definitiv erstmal reichen für den Anfang. Und wenn wir mehr sehen wollen, dann spielen wir mehr, aber später. Jetzt aber erstmal wichtig, ein Blick in die Einstellungen. Und ich würde sagen, wir skippen hier einfach die Cutszenen, ich meine, wir sind nicht, wir sind nicht für die Cutszenen hier. Ich hoffe, Kadir hat seine Part. Oh, so eine Feinies. Guckt euch an. Eines Tages werde ich euch die Schnauzen einhauen. Hm. So. Warning. Strom in der Kanalisation. Beste Kombination aller Zeiten. Ich muss das Mic, ne, ich muss einfach weiter weg gehen. So. Ich übersteuere immer noch leicht in meinem Mic. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie übelst empfindlich seit neun. Guck mal hier, kleine Ratten. Wut der fuck. Alles gleich. Was zum Teufel? Alter. Einfach einmal durch die ganze Kanalisation geboxt, alter. Peak. Oh, Junge. Irgendwas Spannendes. Nee. Oha, schönes Feuerzeug. Möchte ich nur mal an der Stelle erwähnt haben. Alter, ich rede immer noch so unglaublich laut. Gibt's hier irgendwas? Irgendwas, was ich wissen sollte? Oh, hier waren wir gerade im Jahr hingeguckt. Ja, okay, dann gehen wir hier einfach hoch, ne? Ein bisschen auf den Spreitleiter klettern. So. Oh. Ganz wichtig. Das sollte man in jedem Spiel machen. Ja. Wir können unsere Beine sehen. Perfekt. So, hier irgendwas zum Öffnen. Okay, Mausrad ist. Inventar. Rotaten. Das gefällt. Oha. Dickes Ding. Damit kann ich umgehen. So. Einmal hier so putzen. Nee, schade. Nee, schade. Hm. Ich sollte mir echt mein Mikrofon holen. Fällt mir gerade auf. Äh. Was automatisch leiser schaltet, wenn ich lauter rede. Ich denke, das wäre eine gute Investition, denn ich neige gerne dazu, laut zu reden. Was haben wir hier? Oh, was haben wir hier? Okay, jetzt weiß ich, wie man abwört. Okay, das ist lustig. Ha. Die Flasche schützt mich. Ich würde sie gerne waffen. Äh, waffen. Werfen. Das wäre noch ganz nett eigentlich. So, guten Tag. Alter, Knopf. Was guckt denn hier so, hä? Guckt mal ran hier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, hallo. Äh, by the way, wer sich wundert, in welches Genre dieses Spiel hier einschlägt. So ein Mix aus leichtem Horror und Survival. Zumindest habe ich es soweit mitbekommen. Ähm. Okay. Alles klar. Irgendwas hinter der Tür? Nö. Nisch Wichtiges. Juckt uns also nicht. Das hier juckt uns schon ein bisschen mehr. Da können wir auch. Ja, können wir. Cool. Den Shit nimmt alles mit. Noch eine leere Flasche. Okay. Oh, wait. Ich weiß, wo wir sind. Hier waren wir, glaube ich, gerade eben, oder? Kann das sein? Ja, hier ist das. Hier ist das. Ich glaube, hier waren wir gerade eben schon mal. Also auf der anderen Seite natürlich. By the way, dieses Spiel gibt es auch für die Playstation 4. Hier, falls euch das interessieren sollte, weil ihr keinen PC habt oder so. So, guten Tag. Ich komme mal ohne Klopfen rein. Ich mache auch wieder zu. Das nehme ich mir alles. Was? Tab? Okay. Oh, herstellen. Okay. Herstellen mit E. Das ist natürlich ein bisschen klein. Aber wir machen das einfach mal. Oha. Da nehme ich sehr viel Anlauf. Das möchte ich nicht verkacken. Oh. Nice. Die hat Kraft in den Beinen. Geil. Einfach geil. Ich schätze mal... Okay. Das liebe ich. Das erscheint mir gerade wie Tomb Raider oder Uncharted in First Person. Und ihr wisst, ich lebe diese Spielereien. Oh Gott. Ich lebe diese Spielereien einfach. So. Hallo. Ist hier jemand? Ne? Finde ich besser so. Hier nischt zum Mitnehmen. Huch. Das war... Merkwürdig. Oh, Exit 4. Sind wir schon durch mit dem Prolog, oder was? Was? Crowbar. Okay, Crowbar, easy. Joa, nice. What the? Damn you, Kadir. You have one job. Fuck. Gotta find another one. Dann müssen wir wohl... Oder übel... Das hier aufmachen. Und was uns da unten erwartet, sehen wir vielleicht in einem anderen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann... Liked das Video und kauft euch das Spiel. Man sieht sich. Okay. So, Tag. So, K